Raus aus die Behindertenwerkstatt, das ist unser heutiges Thema. Heute sprechen wir, wie man die Ausgangstüre findet von einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wie kann man die Ausgangstüre finden von einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung? Ich spreche hier auf ganz eigene Erfahrung. Ich habe die Ausgangstüre von der Behindertenwerkstatt gefunden und ich sage euch jetzt, wie man diese Ausgangstüre findet kann. Ich spreche hier ganz aus meiner Erfahrung, wie ich die Ausgangstüre gefunden habe, aber dies könnt ihr natürlich auf euch problemlos anwenden, um aus der Behindertenwerkstatt rauszukommen. So, folgender Schlusspunkt. Ihr müsst blau machen, die Werkstatt. Ist doch kein Witz, ihr müsst blau machen. Das heißt, geht nicht zur Arbeit, nicht Trank melden, euch nicht abmelden, alles komplett abknicken, nicht machen, einfach nur blau machen. Das Ganze kann sich auf viele, viele Wochen hinziehen. Bei mir hat das ungefähr, ich habe erst mal angefangen, so zwei, drei, vier Tage in die Woche blau zu machen. Das heißt, ich bin dann erst nur ein, zwei Tage im Durchschnitt, wenn es gut gelaufen ist, bin ich arbeiten gegangen und dann einige Wochen habe ich angefangen, fünf bis sechs Wochen am Stück blau zu machen. Das heißt, da bekam ich einen Brief und damit das Kündigungsschreiben von der Werkstatt. Folgendes, da wurde ich zu einem Gespräch eingeladen und dort konnte ich nochmal sprechen, ob ich weiterhin arbeiten wollte oder ob ich kündigen will. So, folgender Schlusspunkt. Wenn ihr blau macht, da ist ein sicherer Weg, um aus der Werkstatt rauszukommen. Und zwar sofort. Ist zwar vielleicht mit dem Kopf durch die Wand sozusagen, aber so kommt ihr hundertprozentig aus die behinderte Werkstatt raus. Ich habe das selber so gemacht. Ihr braucht auch keine Angst zu haben, dass ihr irgendwie Ärger bekommt. Ärger müsst ihr auf jeden Fall nicht befürchtet. Klar, ihr bekommt auch vielleicht Ärger von die Betreuung von der Werkstätte auf kurz oder lang. Ich bekam auch viel, viel Ärger dort. Die kamen dann zum Beispiel an, ja, wenn du nicht pünktlich bist oder nicht kommst, kommst du in ein Wohnheim. Das ist Bullshit. Das stimmt alles nicht. Jeder von euch hat, egal ob mit oder ohne die Werkstatt, ihr habt alle einen Anspruch auf die Grundsicherung. Egal, was den euch erzählen tut, ihr habt alle einen Anspruch auf die Grundsicherung in ganz Deutschland. Es ist egal, was für ein Bundesland ihr seid, ihr habt einen Anspruch auf die Grundsicherung. Und falls ich schon eine eigene Wohnung haben sollte, kein Problem, die verliert ihr nicht. Weil das Amt hat die Wohnung über die Grundsicherung schon längst genehmigt. Das heißt, fliegt ihr aus der Werkstatt raus, müsst ihr gar nichts befürchten. Aber rein gar nichts. Weil die Wohnung wird nur über die Grundsicherung bezahlt. Und wie schon gesagt, egal ob ihr in der Werkstatt arbeitet oder nicht, auch wenn ihr blau macht, die Grundsicherung bleibt. Die steht euch zu, egal was ihr macht. Und ganz kurz gesagt, so findet man die Ausgangstüre von der Werkstatt. Das habe ich auch gemacht. Ihr müsst nur eines beachten, das kann sehr, sehr lange dauern. Mit ein, zwei Tagen ist das auf jeden Fall nicht getan. Ihr müsst das über viele, viele Wochen lang hinziehen und euch hinherziehen. Das bedeutet, fünf, sechs, sieben, acht Wochen blau machen. Je nach Fall müsst ihr auch mal gut, sagen wir mal, zehn Wochen blau machen. Und irgendwann bekommt ihr einen Brief von der Werkstatt und bekommt die Kündigung. Und genau das wollt ihr erreichen, dass ihr aus der Werkstatt rauskommt. Das ist wie gesagt, den süßere Weg, aus der Werkstatt herauszukommen. Und genau so findet man die Hintertüre, für aus der Werkstatt rauszukommen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Wie findet ihr das so? Schreibt gerne mal eure Meinung darüber. Würdet ihr das machen, wenn ihr aus der Werkstatt raus will? Könnt ihr gerne machen. Schreibt es mit ab in die Kommentare. Dann sage ich es mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann und haut rein. Bis dann.